Frederik Rönneau ist auf dem Weg zu Schalke 04 und soll getauscht werden mit Markus Schubert. Das erfährst du heute. Außerdem spreche ich über Marc van Bommel. Marc van Bommel soll tatsächlich auch zu Schalke 04 kommen. Er wird jedenfalls als einer von drei Trainern genannt jetzt. Und damit let's go! Ja, kommen wir erstmal zu Frederik Rönneau. Frederik Rönneau ist 28 Jahre alt, ist Torhüter bei Eintracht Frankfurt, die Nummer 2. Und hat in den letzten zwei Jahren, seitdem er zu Frankfurt gewechselt ist, 2018, hat er elf Spiele für Frankfurt absolviert. Er ist die Nummer 2 hinter Kevin Trapp. Er kommt auch an Kevin Trapp nicht vorbei. Und soll jetzt getauscht werden mit Markus Schubert. Offensichtlich hat das den Grund, dass Markus Schubert schlicht und einfach eine Luftveränderung braucht. Und ich glaube auch an die Story. Es haben schon einige gemutmaßt, dass Ralf Fährmann einfach nur wieder ein Konkurrent vor die Nase gesetzt werden soll. Also da muss ich einmal kurz Stopp sagen. Und muss sagen, wenn wir einen Ersatz für Markus Schubert brauchen, und Markus Schubert braucht offensichtlich eine Luftveränderung, dann sollte man sich auch für eine möglichst gute Nummer 2 entscheiden. Und wenn man ihm dann sagt, okay, klar, wenn du besser bist als Ralf Fährmann, natürlich gehst du dann ins Tor. So würde ja jeder neue Trainer natürlich auch nach Leistungsprinzip aufstellen. Dann halte ich das durchaus für gerechtfertigt, da jetzt den Renault auf jeden Fall zu holen. Also Renault ist auch mit dem Anspruch nach Eintracht Frankfurt gekommen, die Nummer 1 zu sein. Er kam damals von Bröndby Kopenhagen, hat 2,8 Millionen Euro gekostet, was sehr viel ist für die dänische Liga und gerade für den Torwart. Und also ist wirklich ein Torwart, auf den wir uns glaube ich wohl verlassen können. Genau, ja, das war erstmal der bevorstehende Transfer. Ich glaube, das wird jetzt über die Bühne gehen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Kommen wir jetzt nochmal zu den Trainern. Und zwar bei den Trainern sind jetzt drei Kandidaten wohl im Rennen laut der Westen.de. Allerdings muss ich auch dazu sagen, heutzutage kannst du gar nichts mehr glauben, was in der Zeitung steht. Aber ich fange mal an. Manuel Baum ist das zum einen. Manuel Baum soll immer noch der Lieblingskandidat von Jochen Schneider sein. Ich hatte gestern schon mal darüber gesprochen. Ich halte von der Lösung Manuel Baum, halte ich nichts. Dann ist die andere Lösung, wäre noch Dimitrios Gramozis, der jetzt vorher bei Darmstadt gespielt hat. Auch über ihn habe ich gestern schon ein Video gemacht, beziehungsweise generell über die Trainerkandidaten. Wer jetzt allerdings neu dazu gekommen ist, ist Marc van Bommel. Marc van Bommel ist zuletzt Ende 2019 gegangen bei PSV Eindhoven. Und er ist dort wirklich auch bekannt gewesen für Offensivfußball. Und er bringt zumindest eine richtige Gewinnermentalität natürlich auch mit. Er ist ehemaliger Kapitän von Bayern München und damals Aggressive Leader. Und ich glaube, von Marc van Bommel wird man mit Sicherheit noch einiges hören, auch als Trainer. Die Frage ist für mich, ob er in der Situation, in der wir uns gerade befinden, ob er da tatsächlich der Richtige ist, kann ich so noch nicht einschätzen. Weil er letztendlich in der Vergangenheit eher in, ich sag mal, Wohlfühloasen auch gearbeitet hat. Wie Bayern München, wie PSV Eindhoven. Und jetzt in der Situation gerade zu Schalke 04 zu kommen, ja, Mama Mia. Bedeutet aber im Endeffekt, bedeutet das auch nichts anderes, wie für alle anderen Trainer auch, die da kommen würden. Also nochmal vom Mindset her, vom Kopf her, ist Marc van Bommel mit Sicherheit ein sehr guter Trainer. Ja, bleibt abzuwarten, wie sich unser Vorstand entscheidet. Und jo, damit herzlichen Dank, macht es gut, Glück auf und vielleicht bis später im Livestream. Ciao. Ciao. Vielen Dank.